Du rufst an wegen den Pödos, wa? Ja, ja, genau. Ich hab da eben dran gedacht, dachte so, hey. Also ich hab's ja noch nicht alle fertig. Wenn du willst, kann ich dir jetzt ein Sipf oder von den Fettigen machen. Nee, mach mal easy, mach mal easy, ganz in der Hose. Mach mal euer Ding. Ich hab's ja nicht so, ich dachte, ich hab's ja gesehen, dachte, man, ich mach mal kurz. Ja, nein, ich weiß, ich wollte's eigentlich auch fertig gekriegt haben, aber in der Zeit, ich muss jetzt in Golf fahren und das war halt alles ein bisschen viel. Ja, natürlich, natürlich. Wie warst du, wie warst du in der Türkeihe? Türkeihe! Türkeihe! Ähm, gut. Ähm, wisst ihr, ich war zwei Tage da, ich bin von Sonnenschirm zu Baum gehascht, also nur von Schatten zu Schatten, aber dann noch einen Sonnenbrand bekommen, komplett verbrannt. Ich bin roter Rot, ey. Ja, die ideale Kölner Weißwurst. Ja, also das war dann sehr krass. Aber sowas, okay. Wir hatten nur zwei Tage und, äh, ja. Schön. Sehr gut. Ja, schön, was macht ihr denn jetzt? Was geht bei euch ab? Ja, halt Setplan, genau, Setplan, nach und nach irgendwie ins Stecken gehen, da über große Anlage und dann mal laut spielen und, äh, äh, gucken halt, was, äh, wie es klingt und was machen. Ja, nice. Und, ja, Mittwoch geht's los nach Stuttgart und dann Dien. Und, ähm, naja, ey, also...